einem wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einer weiteren let's play resident evil 7 mit praxis die zeit dass wir das salzbergwerk weiter erkunden finden und alles zerstören alles töten was uns in den weg gerät das war wieder ganz solide haben wir noch sprengen wir haben keine sprengkörper mehr der flamme aber weniger effektiv gegen die monster hatte ich so das gefühl deswegen ich weiß ja dass jetzt zwei kommen deswegen werde ich einfach mein maschinengewehr weiter nehmen fällt mir gerade ein kann ich vielleicht sogar in so ein ding hier rein locken weil ich kann ja unten durchgehen ich lasse die mal ich lasse mal dran die zwei hier hier kann auch und durchgehen ja ich lass sie mal dran mal gucken es könnte klappen nummer eins nummer zwei tot sind sie nicht aber ich denke mal dass es ja es hat viel gebracht wir haben auf jeden fall munition gespart was sie wir haben im letzten mal 100 oder über 100 schuss ausgegeben und diesmal haben wir die umgebung einfach klasse genutzt sehr schön aber das ding ist natürlich das weiß man ja vorher nicht also das weiß man ja erst wenn man mindestens einmal gestorben ist aber egal in zukunft werde ich dinge also eher stehen lassen als das erste mal diese sprengfallen getroffen sind da gab es halt keine monster so da kommt glaube ich zwei dann raus weil ich in die richtung da gehen will das das merkwürdig das ist ja jetzt gar nichts mehr mit dem geht aber nur noch ein bein hatte keine arme ein bein verloren schade dass wir trotzdem energie verloren haben aber leider hat uns der andere schnelle springende erwischt da liegt da egal situation überstanden weiter geht es wenigstens haben wir die ganze taschenlampe an das ist doch schon mal schön und ich mag die umgebung auch irgendwie keine ahnung gefällt mir wirkt irgendwie geiler als das unglaublich zerfallende schiff und halt auch geiler als das hause wird auch nicht es ist irgendwie fast beruhigend muss ich sagen von der umgebung her das war jetzt die neue mode dass er immer in den rücken fallen aber jetzt mal geschafft was erlebt noch ich habe nachgeladen er wandte fällt um meine fresse ich bin die schröpfe mit ein paar schuss haben nervt warum kommen wir jetzt immer von hinten aber ich glaube wir haben genügend energie deswegen ist es kein stress wieder zwei von hinten meine fresse aber gut es ist wahrscheinlich das endgame von daher verständlich dass das und da verständlich ich hätte wahrscheinlich den wagen auch einfach auf die 32 wieder so ein ding ich kann wahrscheinlich den wagen auf die zwei typen da drauf fahren ja wie gesagt hier endgame der wird natürlich alles rausgehauen von daher verständlich lore heißen die dinger oder ach so hier geht es nicht weiter gut heißen die lore ich glaube um mich kurz am ohr kratzen sorry so jetzt geht es weiter hier ist auch lustigerweise obwohl wir unter tage sind ist hier irgendwie auch heller als als oberirdisch im schiff oder es macht sich wieder aus auch verdammt als im schiff oder in oder der sprengfalle geht die treppe rüber oder wo geht hin ja über die treppe ok komme ich da unten durch wahrscheinlich nicht die müssen also so kaputt machen ok alles safe pistolen munition also maschinengewehr wäre geiler flinte wäre auch okay weil ich mit sicherheit hier dann vielleicht sogar in dem raum da oben oder so noch mal irgendwo speichern kann und auf meinen arsenal zugriff habe und ich glaube wir haben jetzt ein paar schuss mit für die schrot 6 schuss bloß ok deswegen sage ich ja wir bräuchten noch ein paar schuss mehr so ab zehn eigentlich ab zwölf würde ich sagen wäre es ganz geil gerade gegen die monster gegen die wir gerade zu kämpfen da reicht halt meistens dann ein gut platziert aus oder zwei scheiße habe ich schon die pistole und steht dann trotzdem zu nah dran aber ich habe auch nicht gerechnet dass hier noch fallen sind verdammt hat ganz viel energie gekostet aber wie gesagt dass hier noch fein ich habe gedacht das macht nur der blöde typ da der mittlerweile ja wo ist der eigentlich ist der gestorben nee oder wo ist denn eigentlich was mit dem typ passiert ist mit dem bruder da ist es ein safe room ich sehe nichts zum speichern aber ich sehe was zum heilen gesendet freitag 16 januar 2015 042 dank euch ist mein kopf jetzt seit einer woche wieder klar und zurück auf normal und sie denkt immer noch dass sie mich hat da müsst ihr echt mal dran arbeiten sie sieht nicht nur wie ein kleines kind aus sie ist auch genauso blöd wie eins mom und dad sind aber immer noch voll drauf ich habe mir gedanken gemacht ist diese fixierung auf familie etwas das ihr einprogrammiert habt ein bisschen krank gesendet freitag 4 november 2015 210 mia das misstück ist immer noch irgendwo zwischen evie märchenland und realität sie kann ziemlich gewalttätig werden also habe ich sie in eine zelle gesperrt dachte vielleicht macht das evelyn ärgerlich immerhin ist mir ihr liebling und so aber scheint sie nicht zu kümmern sie geht sie sogar manchmal besuchen sie denkt mir ist ihre mami wie gesagt eure bio waffe ist nicht ganz dicht gesendet freilag 1 september 2016 1 10 evillens familienfixierung nimmt langsam überhand sie lässt sie alle mehr und mehr arschleisch auf der straße schnappen und fügt sie ihre freakshow von einer familie zu vielleicht ist sie es leid darauf zu warten dass mir zu ihr findet aber es ist eine scheißarbeit für mich weil ich den ganzen schweinkram aufräumen muss wenn jemand neues kommt übrigens sieht evie krank oder so aus ihre haut ist ganz faltig und sie bekommt graue haare soll das so sein es ist als würde sie auf einmal alt werden noch irgendwas hier wir haben das jetzt geschrieben hat es der vater geschrieben oder ich weiß es nicht ob die auch hier unten im bergwerk aktiv fahren brauchen wir natürlich kein licht was ist das infektion report dieser bericht beschreibt in detail die auftretenden symptome wenn das im inneren der e serie gezüchtete bakterium einen menschen infiziert bitte lesen sie dieses dokument aufmerksam durch bevor sie mit einem individuum in kontakt treten das durch die e-serie zur waffe gemacht wurde wird im nachfolgenden als schimmelpilz bezeichnet primärinfektion der schimmelpilz nimmt nährstoffe vom körper des wirts auf um sich auszubreiten und übernimmt langsam die zellen im körper also was wirklich ein pilz als ein nebeneffekt davon gewinnt oder die nennen es zumindest so als ein nebeneffekt davon gewinnt das infizierte individuum erstaunliche regenerative fähigkeiten in experimenten entfernten wir arme und beine von testpersonen und fanden heraus dass sie imstande waren die amputierten kliffmaßen in wenigen minuten wieder nachwachsen zu lassen mittlere stadium der infektion sobald der schimmelpilz das gehirn erreicht werden die gedanken des infizierten wirtes mit denen des e serie vermittler in einklang gebracht der wird beginnen dinge zu hören und halluzinationen zu erleben bald darauf gerät er vollständig unter die kontrolle des e serie vermittlers wenn dieser zustand anhält verliert er wird jeglichen sinn seiner selbst endstadium der infektion nachdem jede zelle im wirt vom schimmelpilz eingenommen wurde verliert er wird langsam seine menschliche gestalt die form der mutation unterscheidet sich je nach fall aber geht stets mit einer enormen steigerung der körperlichen stärke einher ein individuum in diesem stadium einzudämmen ist extrem schwierig da sind ja wahrscheinlich diese komischen pilz schleimmonster da naja das haben wir schon ok hier war also eine art labor ok 5 minuten nach dosis erbrechen e nekrotoxin e serie dosierungstest 10 minuten nach dosis tot 12 minuten nach dosis kalsifikation der zellen e nekrotoxin zerstört zellmaterial aller individuen die auf der e serie biowaffe passieren nur für die beseitigung von e serie objekten zu verwenden das toxin muss vor der verwendung stimuliert werden geben sie dazu eine probe von e serie zellen in den nekrotoxin behälter da müssen wir wahrscheinlich die probe reintun gewebeproben von evelyn wieder einmal zu oft hoffen wir es hoffen wir es meine gesundheit ist ja schon ziemlich rot ich weiß nicht ob ich mich mal wieder heilen soll eigentlich haben wir genügend genügend flaschen zum heilen wir können auch direkt noch eine herstellen würde ich sagen wir könnten sogar noch zwei herstellen und noch ein normales aber das reicht erstmal denke ich dieses projekt wurde 2000 als eines von mehreren konzepten im rahmen der nexbas der firma der firma initiiert unterstützt durch technische hilfe das hcf eine biowaffe zu entwickeln die feindliche kämpfer mit minimalen direktkontakt im großen stil neutralisiert die nex die nexbas initiative wurde nexbas ich sage einfach nexbas die nexbas initiative wurde später abgewickelt und alle ressourcen wurden zu diesem projekt umgeleitet was dieses projekt stark von konventionellen waffen unterscheidet ist die fähigkeit feindliche kämpfer zu mitstreitern zu machen gegnerische elemente zu willigen dienern da dies die kosten nicht nur für den umgang mit kriegsgefangenen sondern auch die für den eigentlichen kampf praktisch auf null reduziert ist das kein wunder das und selbst die organisation von sich darauf stürzten also das zensiert das projekt würde gar nicht existieren wäre dort nicht die entdeckung von in gewesen dem erstaunlich fortgeschrittenen vikarians evolutionsfungus den wir gewöhnlich als mutamycet bezeichnen die herstellungsmethode das ist glaube ich entweder Teil 6 oder Teil 5 also ich glaube das ist das in Afrika gewesen mit diesem mutamycet die herstellungsmethode jeder der biowaffen sah vor das mutamycet genom einem menschlichen embryo vor dem vierzelligen stadium zuzuführen und diesem dann über einen zeitraum von 38 bis 40 wochen in einer kontrollierten umgebung zu kultivieren die daraus resultierenden organismen wurden als kandidaten bezeichnet und nach ihrer nutzbarkeit kategorisiert von der impraktikablen und fehlerhaften A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten das erste Exemplar der E-Serie genannt Evelyn erwies sich als fähig mutamycet nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden es muss auch angemerkt werden dass Evelyns mutamycet wenn es einem Wirtorganismus zugeführt wird diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält aber die gängige Theorie ist dass der Überträger den Autoinductor-Pheromonen ähnelt die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum-Sensing benutzen Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien von denen das erste Halluzination ist fast sofort nach der Infektion sieht er Wirterscheinungen von Evelyn obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist und hört sogar ihre Stimme die von niemanden sonst wahrgenommen wird na toll dann bin ich ja wahrscheinlich auch schon infiziert ist eigentlich klar dass ich auch schon infiziert bin Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektionen zeigten dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt mit der Zeit fängt sie aber an immer extremere Forderungen zu stellen unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriff auf andere Menschen der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirn welche aufzulösen und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist hat sich die Mutamycet-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet so dass der Körper stirbt warum ist das zensiert keine Ahnung ok aber es ist geil dass wir mal ein bisschen Background Geschichten bekommen es kommt ja erst sehr spät in dem Spiel ich glaube in anderen Resident Evil Spielen kann es immer schon ein bisschen eher aber hängt wahrscheinlich auch vom Spiel ab hier passt es ja also hier merkt man ja erst relativ später man weiß es ja von vornherein wenn man das Spiel kennt aber wie es heißt aber wenn man jetzt theoretischerweise nicht wüsste dass das ein Resident Evil Spiel ist also man würde das quasi spielen ohne dass man weiß dass es Resident Evil 7 heißt dann würde man erst relativ später fahren dass es im Resident Evil Universum spielt und halt mit den Vorgängern zu tun hat Evelyn ist außerdem in der Lage Organismen aus Mycelin den fadenförmigen Zellen eines Pilzes zu erschaffen der Begriff Organismus wird hier weit gefasst streng genommen handelt es sich dabei um Suborganismen die aus zahllosen Mycelin oder Mycelien ich weiß es nicht betonen wird bestehen wichtig ist jedoch dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potential für den Kampfeinsatz die Forscher haben diese Suborganismen die Moldet getauft angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Moldet geformt eine mehrdeutige Bezeichnung der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann ja total elegant diese Moldet Dinger total geil für die Behandlung von unabsichtigten unbeabsichtigten Infektionen kann ein speziales Fungi ich kann echt nicht mehr lesen warte man reiße ich doch mal zusammen mit dir ich trinke das mal einen Klug okay das hilft meistens ich muss auch sagen dass ich vorhin ganz ganz doll viele gesalzen und geröstete Kürbiskanne gegessen habe und dieses Salz halt irgendwie mit meinem Mund zusammengezogen vielleicht liegt es daran also für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles Fungizides Serum gewonnen werden indem Gewebeproben von Evelyn einer bla 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 unterzogen werden das Serum einer infizierten Person zu indizieren sollte für eine Kalsifikation der Mycel ich weiß immer noch nicht Mycelien sage ich einfach mal aber wenn die Zellen Mycelien ich glaube das heißt Mycelien aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind ist das Serum tödlich da das Behandlungsfenster so klein ist oh ey ich kotze das an wenn ich so beschissen lese das heißt dann einfach dass die Konzentration weg ist es ist ja auch schon spät wieder mitten in der Nacht aber da muss ich das Spiel spielen weil es am gruseligsten ist verdammt da das Behandlungsfenster so klein ist ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung während wir das Potential des Serums untersuchten fanden wir heraus dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern konnten wenn wir es aussetzten wodurch ein ich mich kotze das an wenn ich weiß was da steht wodurch ein Präparat entstand das wir jetzt E-Nekrotoxin nennen und das selbst in kleinsten Dosen tödlich ist ich denke mal dass das so heißt besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie in Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt es ist reine Spekulation aber es könnte sein dass sie instinktiv versteht dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet sich in soziale Gruppen einzufügen als ein einsames Mädchen andererseits nun ein sentimentaler Mensch könnte sagen dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte die Liebe der Eltern ja man weiß es nicht ihr Schweine hört einfach mal auf so den Dreck zu produzieren verdammt nochmal die lernen aber auch nicht oder es ist ja wahrscheinlich schon 200 Jahre nach Resident Evil 1 nach dem Dreck da da passiert ist und die lernen einfach nicht die lernen einfach nicht so ist nicht mehr was zu speichern kommen aber ich wusste es das macht ganz doll sehr viel Sinn Flammgranaten oh oh das riecht nach Bossfights und wir haben nur ganz doll sehr wenig Munition für die Schrotflinte dann lass mich mal überlegen wie wir das am besten machen lass mich mal überlegen lass mich mal ganz kurz ganz pst leiser ok ich überlege gerade ob ich das zum Beispiel wo kennen lass mich mal überlegen also wir haben Pistolen Munition was ist das das ist Maschinengewehr das ist Pistole das ist verbesserte Pistole das ist Flamme ich versuche erstmal ach ne Moment ich versuche erstmal den Granatenwerfer mitzunehmen haben wir dafür Platz ich glaube dafür haben wir Platz der braucht zwei Plätze so was brauchen wir denn jetzt nicht was brauchen wir denn jetzt nicht wir nehmen wir noch die Flammgranate mit so wir haben jetzt Schrotflinten Munition aber die Schrotflinte nicht dabei wir müssten auch einiges ablegen um die Schrotflinte mitzunehmen und dann hätten wir nur 6 Schuss was glaube ich nicht so sinnvoll wäre dann das Ding ist aber halt auch wir machen mit der Pistole fast keinen Schaden das darf man auch nicht vergessen wenn ich jetzt beispielsweise die Pist wie viel Munition passen die Schrotflinte rein? 6 Stück kann das sein? dann könnten wir jetzt mal kurz gucken das waren doch genau 6 oder? ne es waren 4 verdammt ok sonst hätte man nämlich zumindest keinen weiteren Slot gebraucht für die Munition ich glaube da macht es halt einfach keinen Sinn weil die anderen Waffen haben einfach viel mehr Munition klar wir könnten die Pistole da lassen aber macht das Sinn macht das Sinn die Pistole da zu lassen? reicht denn die andere Munition? ich weiß es ehrlich gesagt nicht reicht die andere Munition? finden wir vielleicht auch noch Schrotflinten Munition? die Wahrscheinlichkeit ist ja eigentlich auch hoch ich glaube ich gehe das Risiko wirklich ein weil die Wahrscheinlichkeit groß ist dass wir auch Schrotflinten Munition finden meiner Meinung nach so jetzt lass mich kurz nachdenken können wir denn noch irgendwas hier lassen? eigentlich können wir das hier lassen da können wir ja eigentlich fast schon wieder die Pistole mitnehmen oder? da brauchen wir den Platz wobei wir könnten jetzt noch Moment die Nervengipsgranate mitnehmen weil ich halt nicht weiß ob sie gegen jedes Monster hilft so und dann speichern wir erstmal uh dann bin ich schon gespannt ob das den Bossfight also ich gehe mal davon aus wir bekommen jetzt irgendeinen Bossfight ob wir jetzt direkt gegen Evelyn kämpfen weiß ich nicht aber ich denke mal es gibt es erstmal einen Bossfight so voll aufgeladen voll aufgeladen natürlich haben wir nur noch eine Granate äh eine Bombe das ist halt auch irgendwie hm die würde ich aber ganz gerne erstmal verbrauchen bevor ich na egal erstmal nochmal liken, kommentieren, abonnieren wenn es euch gefallen hat dann an uns einen Daumen nach oben damit wir euch loben euer Paktis bis zum nächsten Mal tschüss tschüss